Ich habe die Verkaufsorganisation und ich habe die Möglichkeit, dir deine komische Fabrik so weit in deinen dämlichen Kanackenarsch raufzublasen, dass du ein Jahr lang Schnee scheißen wirst. Schieß diesen Dreckskerl in den Schädel weg, Jungs. Ah, Gewehre, Kanonen, Knarren. Na komm schon, Sal. Heute Abend spielen die Tigers. Das Spiel muss ich sehen. Das war nur ein Scherz. Ah. 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 Hey, die Breche. Ich muss meine Klappe. Geht ihr da. Das macht nicht schon, es geht schon. Ach. 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 Ohne Waffen näher oder es hört Ärger geht. Ah. Verfiss dich Junge. Ah! 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 Yes!